Was für eine Woche, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich freut, dass endlich Wochenende ist. Wenn wir uns hier die letzten Tage mal angucken, oje, oje, seit den Hochs, zugegeben, der Montag war ja noch ein bisschen niedriger, aber seit dem Hoch sind wir jetzt um 6% nach unten gekommen. Das ist unangenehm. Aber nach einem Anstieg, wie wir ihn hier ja durchaus hatten, hier über die längere Sicht, ist ein Rücksetzer irgendwie dieser Art, ich will jetzt nicht sagen, dass es genau dieser Art passiert, aber irgendwie dieser Art sehr typisch. Und deshalb sollten wir uns darüber nicht wundern. Wir haben es häufig angesprochen, dass das passieren kann. Das wussten wir natürlich nicht, dass es jetzt definitiv passiert, aber realistisch war es. Deshalb haben wir darüber gesprochen, Stop, eventuell nachziehen, aufpassen, ob es Schübe nach unten gibt und höchstens noch Korrektiv nach oben, sowas in der Richtung. All diese Anzeichen haben sich offensichtlich bestätigt und lassen dieses Bild jetzt relativ realistisch werden. Aber wir wollen gar nicht so sehr auf das ganz große Bild jetzt hier in diesem Video eingehen. Im Update am Nachmittag zu den Indizes wollen wir jetzt mal überlegen, mit was müssen wir denn jetzt heute vor dem Wochenende noch rechnen? Oder gibt es vielleicht noch Chancen für uns, die wir vielleicht vor dem Wochenende noch aktiv werden wollen? Oder müssen? Entweder nochmal schnell eine Position aufmachen für die letzten Stunden oder ich bin schon offen, soll ich schließen oder nicht? Tatsächlich ist die Überlegung, ob man vor dem Wochenende jetzt Gewinne auf der Short-Seite mitnehmen sollte, vielleicht auch noch immer auf der Long-Seite, wenn man tatsächlich immer noch positioniert ist. Denn ein Rücksetzer dieser Art hier, der geht klassischerweise, da kann man vom Ausgangspunkt der Anstiegsbewegung bis zum Endpunkt der Anstiegsbewegung mal rechnen, geht halt typischerweise so ungefähr in diesem Bereich. Und, das ist jetzt das Interessante, klassischerweise eben nicht einwellig runter, sondern typischerweise so dreiwellig. Aber nachdem wir jetzt schon so tief unten sind, also wer jetzt die Position noch nicht geschlossen hat, hat zumindest eine Chance, ich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen soll, aber zumindest eine Chance, dass wir eine Gegenbewegung jetzt vielleicht in der nächsten Woche nochmal bekommen, die dann, wenn sie korrektiv ist, anschließend dann in die Fortsetzung nach unten eben geht. Aber was weiß ich schon, also ich darf mich dann auch nicht wundern, wenn der Kurs halt doch direkt nach unten geht, auch wenn ich dieses Szenario jetzt nicht für super realistisch erachte. Also aus meiner Sicht wäre ein Bild ungefähr dieser Art das Typischste. Blöderweise, mit dem Typischsten ist es ja nicht immer getan, gerade wenn es ums Absichern geht. Wir kennen das beim Autofahren. Typisch ist, dass ich keinen Unfall mache, aber es ist doch sinnvoller, mit dem Anschnallgurt zu fahren, denn wenn es dann doch passiert, ist man ganz gut gelitten, wenn man dann ein bisschen eine Absicherung, quasi ein Stop an der Börse oder irgendwas anderes zur Absicherung, dann eben für sich dann installiert hat. Na gut, also ihr seht ungefähr meine Erwartungshaltung. Das wäre jetzt so das Klassische, wenn es wie auf Schienen läuft, wenn man das bekommt, was typisch ist, müsste das in etwa so aussehen. Alternativen, also das könnte hier dreiwellig irgendwie hochlaufen, das wäre ja klassisch Korrektiv oder irgendwie so, dass es Kursüberschneidungen gibt. Alles wären schwache Seiten und dann hätte man hier sogar noch mal Trigger für die Short-Seite, wenn man sagt, da möchte ich den nächsten Teil der Bewegung ganz gerne dann noch mal mitnehmen. So, aber machen wir noch mal alles nackig, und machen wir alles weg, wie es bisher aussieht. Das ist es auf Tagesebene, so sieht es jetzt im Intraday-Bereich aus. Fünf-Minuten-Chart beispielsweise. Irgendwie fehlt noch wie so diese Korrekturgröße noch mal. Ja, wir hatten hier so eine Korrektur, da würde ich mal sagen, dass es vielleicht mit diesem übereinstimmt, aber diese wäre jetzt mal wieder fällig. Ich hau mal den Nagel in die Wand. Klassisch, ihr erinnert euch, ist doch so eine Bewegung gerne so ein Fünffäller. Zack, dann haben wir eine Pause, zack, dann haben wir Pause, zack. Also das hat jetzt nichts mit dem da oben zu tun, also machen wir das mal weg. So sieht typischerweise eine starke Bewegung aus. Habt ihr noch nicht gesehen? Naja, gucken wir es noch mal. Zum Beispiel, zack, dann gibt es eine Pause, zack, dann gibt es eine Pause und dann noch mal zack. Also ihr seht, so kann das in etwa aussehen. Das ist nicht immer wunderschön zu erkennen. Manchmal sieht man das besser, manchmal sieht man das weniger groß, aber zack, dann gibt es hier eine Pause, dann zack, dann gibt es hier eine Pause und dann noch mal hier so den letzten Schub nach oben. Also ihr seht, das gibt es im Wochenchart, das gibt es im Tageschart und das gibt es natürlich auch im Intradaychart. Hier im ganz Kleinen könnte man das sogar hier vorne noch so halbwegs erahnen. Also schon Schub runter, Pause, runter, Pause hier. Wenn ich das mal so zur Seite schiebe, dann sage ich, ja, ich weiß ungefähr, was er meint. Und eine Nummer größer wäre im Prinzip das, Pause, das, Pause, das. Wobei wir intern auch das, Pause, das, Pause, das haben. Also ihr seht hier das Interne. Ist das nachvollziehbar, was ich hier sage? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Es ist nicht immer so, es ist nicht immer perfekt und bitte geht nicht davon aus, dass das zu jeder Tages- und Nachtzeit wunderbar und uneingeschränkt erkennbar ist. Aber es ist eine Orientierungshilfe und dementsprechend wäre es mir gar nicht so arg komisch, wenn wir jetzt so langsam, aber sicher hier wieder so eine Korrektur irgendwann mal bekämen. Denn wir haben hier so diese internen Geschichten, die hatten wir jetzt eigentlich. Jetzt wäre diese Korrektur wieder dran. Vielleicht ist das die Chance für den heutigen Freitag, dass wir heute so ein bisschen eine Aufwärtssituation noch mal bekommen, dass man diese starke Abwärtsübertreibung so ein bisschen hier nach oben mal wegwackelt. Aber ihr seht schon, ich sage schon wegwackelt. Warum? Naja, weil es halt korrektiv ist und korrektiv ist halt meistens nicht die starke Richtung. Das kann innerhalb dessen schon mal schnell gehen. Wir erinnern uns hier innerhalb dessen, das ging ja auch mal ganz schön schnell hier nach oben innerhalb dieser Korrektivbewegung. Das kann es hier dann auch sein. Also dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Zeit Aufwärtsbewegungen sehen und die eben locker auch mal eine Spanne von 400 Punkten oder sowas, vielleicht sogar ein bisschen mehr nach oben mitgehen. Wäre das jetzt für diesen Moment? Naja, wenn ich hier auf den 5-Minuten-Chart gucke? Nein, warum nicht? Ja, weil es stark nach unten geht. Das wäre noch akzeptabel gewesen vor ein paar Minuten vielleicht. Als es so war, da hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, wenn es jetzt wackelig, korrektiv eben nach unten geht, hätte ich gesagt, ja, lass ihn doch so machen. Und das ist das Spannende, warum es für mich, viele sagen das immer sehr kritisch und sagen, ja, aber du hast jetzt gesagt, es geht nach oben. Nein, nein, ich habe gesagt, nach oben ist, wenn das kommt und hier getriggert wird. Ja, das weißt du im Nachhinein. Ja, aber das Schöne ist, wenn der Kurs so nach unten geht, habe ich null Chance, aus Versehen hier in der falschen Richtung noch umzugehen. Ja, weil der Kurs geht hier, in Wirklichkeit ist er senkrecht runtergegangen. Ich mache es nochmal größer, damit ihr es besser sehen könnt. Gehe nochmal zurück. Zu diesem Zeitpunkt, als der Kurs ungefähr so aussah, hätte man sagen können, wieso? Das ist doch das, was der immer sagt, stark hoch. Und wenn er jetzt dreiwellig, dreiwellig wäre so, dieses ABC-Muster nach unten geht, so in diese Mitte rein, Trigger wäre hier, oder, wir wissen ja noch nicht, ob das passiert, oder so runter geht, mehrfach hin und her, wobei diese Korrekturen so überschneidend sind, dann wäre hier mein Punkt, wieder long zu gehen. Das heißt, ich muss das abwarten, ich muss diesen Anstieg abwarten, so lange, bis er da bricht, mit der Erwartungshaltung, dass er, da habe ich ein bisschen zu lang gezeichnet, aber zumindest mal das, was er hier macht, vielleicht sogar mehr, aber das ist immer so das Mindestziel. Jetzt kann ich es nicht greifen. Doch, jetzt geht es. Nochmal nach oben fortsetzen. Und ihr seht, Chance, Risikoverhältnis sieht auch ganz gut aus. Also, das sieht nach einer soliden Idee aus. Also zumindest mal nicht ganz doof, wenn man ehrlich ist. So. Und dann hat der Kurs das gemacht. Ich lag komplett falsch. Weil ich habe gesagt, naja, komplett falsch. Ich würde niemals behaupten, das passiert jetzt ganz sicher. Da könnt ihr euch sicher darauf verlassen, dass das passiert. Mein Sicher ist, dass wenn er das macht und den Bruch macht, dann gehe ich long. Auch dann weiß ich nicht sicher, ob es passiert, aber dann sind die Chancen deutlich auf meiner Seite. Das ist die Aussage dahinter. Und ihr seht, ist aber nicht so gekommen. Ja. Und was bedeutet das? Kein Trade. Ja, aber dann hast du den Short verpasst. Das finde ich richtig. Also das ist dann der Nachteil, dass ich dann diese Short-Bewegung, die ja auch hätte Spaß machen können, zumindest mal im 5-Minuten-Chart, kein Indiz dafür gefunden hätte. Möglicherweise, jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum, weil wir ja eh schon im 5-Minuten-Chart sehr kurzfristig sind. Möglicherweise hätten wir hier im ganz kurzfristigen Chart hier irgendwie was gefunden, wo wir gesagt hätten, ah, da können wir shorten, aber so richtig toll hätte ich das hier auf Minute auch nicht gefunden, ganz ehrlich. Aber manchmal sieht man das dann eben auf einer kleineren Zeitebene und dass man dann eben sagen kann, dann finde ich da doch einen Einstieg. Mein Tipp ist nicht unbedingt auf Minutenbasis handeln, es sei denn, ihr wisst ganz genau, was ihr tut. Die Muster gibt es da auch. Also das ist nicht das Problem. Aber häufig ist das Problem, dass man sehr schnell reagieren muss, sehr gut rechnen muss, welche Größenordnung, also wie viele Positionsgrößen man haben darf, ohne dass es zu große Risiken sind. Und man muss gucken, ob die eigenen Bedingungen beim jeweiligen Broker oder den Kontrakt, den man handelt, bezüglich Gebühren und oder aber auch den Spread, ob das dazu passend ist. Es kann durchaus sein, dass ihr logisch völlig richtig liegt, aber gebührentechnisch trotzdem Minus macht und ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Also insofern, ganz kleine Zeitebene, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen. Da gibt es sozusagen Verschnitt oder so ein bisschen sowas, was dann gegen einen arbeitet. So, jetzt haben wir lange am DAX, Quatsch, am DAX rumgearbeitet. Allerdings seht ihr, das Bild hier in dem ist genau das gleiche beim S&P. Also da müssen wir nicht groß rummachen. Hier hätte man vielleicht schon überlegen können, ist da Long? Aber überlegt mal, ist diese Aufwärtsbewegung, sieht die impulsiv aus? Ne, im Gegenteil, die sieht korrektiv aus. Und mit dem Bruch dieser Marke ist klar, es ist eben nicht impulsiv und dementsprechend immer noch die Abwärtsseite. Vorsichtig allerdings, es ist ja nicht die erste Korrektur. Wir hatten hier schon eine Korrektur und so weiter. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, die Strecke, die wir da vorne haben, kommt automatisch hier, sondern die Aussage ist, wenn wir das durchstoßen, weil es nicht die erste Korrektur ist, ja, dann geht es typischerweise bis hier und drunter. Also ein paar Pünktchen hätten wir noch in der hoffnungsvollen Erwartung, dass er die sich dann auch noch holt, zumindest mal, wenn es dann charttechnisch typisch sein soll. So, insgesamt hier allerdings das Gleiche. Ich mache nur einmal ganz kurz die Zeichnung rein, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Das fände ich eigentlich am schönsten. Und wenn er das gemacht hat, in den nächsten Tagen vielleicht sowas und dann in diese Richtung. Und dann werden wir sehen, ob er dann doch das hinkriegt oder ob er dann sagt, hier, könnt mich alle mal, ich tauche nach unten ab. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, das wird man dann sehen. Aber vorher muss er ja auch noch das machen. Also ihr seht viel Unsicherheit. Was wird jetzt passieren? Aber ganz klares Bild, wie gehe ich damit um? Und wenn ihr dazu gehört, zu den etwas langsameren Tradern, die sagen ja, ich mache auf Tagesebene, dann muss ich ja dauernd die Richtung wechseln. Nee, das müsst ihr nicht. Dann müsst ihr aber die Geduld haben, eben im Moment nicht einzusteigen, weil im Moment ist auf Tages, gut, das ist jetzt 4 Stunden Sicht, aber auf Tagessicht sind das keine Einstiegssituationen. Einstiegssituationen wäre vielleicht, wenn er das macht und hier drüber geht. Der Anstieg ist zwar dann nicht schön, aber darüber kann man dann nochmal gesondert diskutieren. Aber alles, was davor ist, wenn ihr sagt, nee, nee, im Kleinen, das interessiert mich nicht, ja, dann müsst ihr euch zurücklehnen und habt ihr die nächsten Tage Pause. Braucht ihr gar nicht, in einen Chart zu gucken, denn wenn ihr dieses Verhaltensmuster nicht zeigt, müsst ihr und könnt ihr da nichts tun. Und Stopp, nachgezogen, haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen, das sollte jetzt keine Überraschung mehr sein. Nasdaq ist grundsätzlich genau das Gleiche. Insgesamt noch immer bei Nasdaq und S&P sehr korrektiv nach oben. Ich habe den strengen Verdacht, dass wir sogar noch mal tiefer gehen. Aber jetzt erste Aufgabe ist, nach diesem Rücksetzer, den wir haben, mal eine Pause zu machen, danach die Fortsetzung nach unten. Also ihr seht, so richtig bullisch bin ich aktuell nicht. Ich würde mich erst wieder auf die bullische Seite schlagen, wenn der Markt als nächstes einen deutlichen Anstieg macht, eine Korrektur macht, mit der Erwartungshaltung, dass das sich noch mal nach oben fortsetzt und je höher dieser Fortsetzungspunkt ist, den weiß ich ja schon hier, den weiß ich, wenn dieser Teil stark ist, dieser Teil schwach ist, weiß ich, dass das mein Entry ist und dass das meine Erwartung fürs Ziel ist. Das heißt, bereits an dieser Stelle weiß ich, dass mein erwarteter Wert hier ist. Und je höher dieser erwarteter Wert ist, das hängt ja davon ab, wie lang diese Strecke ist, wie lang der Rücksetzer ist und so weiter, wo dieses Tief liegt, das weiß ich jetzt alles nicht. Aber an dieser Stelle habe ich alle Informationen zusammen, dass ich diesen hier ungefähr abschätzen kann. Und je höher der liegt und je eher der am oder drüber liegt an diesen Trendlinien, vielleicht sogar über diesem Hoch liegt, desto eher kann ich sagen, oh, wir haben doch das bullische Bild, vergesst das, sieht zwar doof aus, aber die Marktteilnehmer wollen doch. Und je niedriger der liegt, desto größer ist die Gefahr, nee, nee, das ist nur eine Korrektur, danach geht es weiter nach unten. Aber bis dahin werden wir noch ein paar Mal sprechen. Da haben wir noch mal, zig mal die Gelegenheit. Ja, DAX geht auch nach unten, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist nicht ganz untypisch. Wir hatten hier eine gewisse Unterstützung, allerdings die hatten wir ursprünglich eigentlich auf diesen Punkt hier berechnet und als Überlegung, dass hier die Korrektur ist und anschließend noch mal der Anstieg. Ihr seht, der Sauhund hat nicht den Rücksetzer gemacht, so tief, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Das kann passieren. Macht ja grundsätzlich nichts. Jetzt sind wir halt trotzdem wieder in diesem Grobmuster hier nach oben gelaufen und für den Markt gilt jetzt halt auch das, was wir hier oben noch im Wochenchart hier haben stehen gelassen. Also, dass wir da einen Rücksetzer, ich mache jetzt mal die neuen Marken, diese Unterstützung hat offensichtlich nicht gehalten. Haben wir schon gesagt, das werden wir da sehen. Ob er da wirklich hält, das wissen wir nicht, ob er hält, aber es gab null Anzeichen, hier irgendwie long zu gehen. Gab es da irgendwie ein Signal an der Stelle hier, wo war das? Ungefähr bei 13.975, 13.975. Seht ihr hier irgendwie eine Argumentation, hier long zu gehen? Ich weiß, viele sagen, aber da liegt eine Linie, da muss ich long gehen. Und hier ist er hochgegangen. Wenn ihr argumentiert, aber hier ist er hochgegangen. Ja, aber nicht wackelig runter. Und damit ist die Diskussion schon auf dem Tisch, ob das eine long Situation ist oder nicht. Gucken, ihr braucht idealerweise eine starke, idealerweise eine schwache, das erhöht die Aussagekraft. Erwartungshaltung jetzt, dass wir irgendwie sowas hier in der Richtung bekommen, also so ähnlich, wie das ist, ich beim Dau gezeichnet habe, vom Ausmaß, messt vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt ungefähr 38er Marke, 50er, 61, 8er, ungefähr in diese Box hier rein, falls Sie es nicht gut erkennen können, ich mache es ein bisschen größer, 13.600, vielleicht auch unter, sagen wir ungefähr 12.900, wäre nicht untypisch, aber idealerweise nicht einwellig, sondern mindestens dreiwellig, von mir aus auch irgendwie sowas in der Art, das wäre auch völlig in Ordnung, ändert nichts daran. Wenn das korrektiv ist, alles gut. Das Doofste, was uns passieren kann, ist, dass er jetzt noch deutlich weiter fällt, denn je länger dieser erste Teil ist, desto länger, wir hatten vorhin ja auch über diese Projektion gesprochen, desto tiefer, das kann ich dann hier, das war jetzt nicht gut gezeichnet, also wenn wir das haben, und dann haben wir hier irgendwie sowas, dann weiß ich schon an dieser Triggermarke, oh, mein Erwartungspunkt liegt eventuell hier, einfache Projektion, erste Bewegung, zweite Bewegung, dritte, oh, das sieht gefährlich niedrig aus, denn je tiefer wir unter diese Kiste fallen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, nee, das mit dem Bullenmarkt, lassen wir nochmal, es geht sogar direkt nochmal weiter nach unten. Für die Profis unter euch, dann wäre das wahrscheinlich hier, eher, eine Flat-Bewegung, eine Korrektur, in der Abwärtsbewegung, die sich anschließend deutlich nochmal fortsetzt. Möglich ist das, die Entscheidung werden wir hier finden, aber egal wie, aktuell, ist überhaupt keine Situation, um Longen besonders toll zu finden, bei den Indizes. Einzelne Titel vielleicht noch, aber so richtig toll, im Moment nicht, zumindest mal für noch ein gutes Stückchen. So, in diesem Sinne, ich hoffe, dass ich euch mit diesen Aussagen nicht das Wochenende kaputt gemacht habe, aber ich bin ja nur der Überbringer der Ideen, die charttechnisch typisch sind. Wir wissen alle nicht, ob es genau so kommt, aber wir dürfen nicht überrascht sein, wenn es so kommt, wie es typisch ist. Wie ihr euch darauf verhaltet, das müsst ihr natürlich selber sehen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es bestmöglich ist. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.